Schickt mir eure Schulen und ich bewerte sie, denn ich bin Architekt, ich muss meinen Frust rauslassen und ihr seid im letzten Video wirklich in den Kommentaren richtig ausgerastet, deswegen müssen wir jetzt gleich loslegen, damit alle drankommen. Alexander von Humboldt Gymnasium in Berlin. Bruder, wenn man die Augen zukneift, sieht man den dreckigen Putz, den Schimmel, die ranzigen Fenster und Türen auch nicht. Realschule Mark in Hamm. Tja, sehr basic auf jeden Fall, aber dass die Rettungstreppe die Hälfte der Fenster verdeckt, genial platziert. Kantonsschule Limmertal in Ursdorf. Fuck, ich dachte in der Schweiz hättet ihr mehr Geld, um nicht mehr in solche Bunker zur Schule gehen zu müssen. Wenigstens zieht der Erweiterungsbau ein bisschen freundlicher auf. Gymnasium Brandes. Junge, Junge, daran habe ich jetzt wirklich nichts dran auszusetzen. Warte mal, das sind eure Klassenzimmer? Wir sind verloren. Apiangemüse. Apiangemüse Ingolstadt. Gymnasium Ingolstadt. Um Gottes Willen, das Gerüst im Eingang ist nicht mal temporär. Das Teil wurde in Trostlosigkeit bisher noch nicht überboten. Glückwunsch. Schickt mir unbedingt noch mehr Schulen.